Der Retter hängt im System, der Hund ebenso. Ein spezielles System für den Hund, sodass er gar nicht rausfallen kann. Doppelt gesichert, wie gesagt. Und von oben über die Tragseile, wer mal ganz hoch guckt, aufs Dach der Feuer- und Rettungswache 1, zwei weitere Höhenretter, die das ganze System jetzt abseilen lassen. Wie er bereits erwähnt, haben wir am 13.06. auf dem Messegelände die Deutschen Meisterschaften der Höhenretter, wo sich aus ganz Deutschland die Spezialisten treffen, um den Titel Deutscher Meister der Höhenretter zu ermitteln. Wir werden auf dem Messegelände drei Stationen haben. Jede Gruppe durchläuft jede Station. Am Ende werden die Fehlerpunkte auf die Zeiten addiert und die beste Zeit entscheidet über den Deutschen Meister der Höhenretter. Auch wie Sie jetzt sehen, die Abfahrt sehr langsam, alles schon, patientengerecht. Und der Hund sieht auch noch ganz glücklich aus. Kurz vielleicht zu den ganzen Seilen. Unser längstes Seilen.